Was genau ist ein Vitaminmangel? Insgesamt gibt es 13 Vitamine, die im menschlichen Körper vertreten sind. Sie alle steuern unterschiedlichste Prozesse und sind für ihn lebenswichtig. Dabei hat jedes Vitamin eine andere Aufgabe und manchmal braucht es sogar mehrere, um eine bestimmte Aufgabe zu bewältigen. Was ist die Ursache eines Vitaminmangels? Fakt ist, ein Vitaminmangel ist nicht plötzlich da. Er entsteht über einen kürzeren oder längeren Zeitraum und wird in der Regel von etwas Bestimmtem verursacht. Eine große Rolle spielen hierbei diverse Krankheiten. Insbesondere jene, die im Darm auftreten, tragen oft die Schuld an einem entstehenden Mangel. Der Grund. Die meisten Vitamine werden über den Darm in den menschlichen Organismus aufgenommen. Wer gehört zu den Risikogruppen? In manchen Lebenssituationen fordert der Körper einen besonderen Bedarf an bestimmten Vitaminen, um eine vollwertige Versorgung zu gewährleisten. Zu den typischen Risikogruppen für einen Vitaminmangel gehören. Was sind die typischen Symptome für einen Vitaminmangel? Ein großer Nachteil des Vitaminmangels liegt darin, dass entsprechende Symptome erst dann als solche zu erkennen sind, wenn sich der Mangel bereits in einem fortgeschrittenen Stadium befindet. Wie wird ein Vitaminmangel festgestellt und behandelt? Besteht der Verdacht auf einen Vitaminmangel, ist es empfehlenswert, einen Bluttest vornehmen zu lassen. Erledigt wird er vom Hausarzt. Liegen bestimmte Symptome vor, kann dies bei der Diagnosefindung hilfreich sein. Die Kosten für den Test werden meistens von den Krankenkassen übernommen. Sofern eine medizinische Indikation gegeben ist, ist die Einnahme von Vitaminpräparaten sinnvoll. Wenn ein Mangel vorliegt, ist die Einnahme in jedem Fall empfehlenswert. Wichtig dabei ist, sich für das richtige Produkt zu entscheiden. Da es hier erhebliche Unterschiede gibt, ist es empfehlenswert, im Vorfeld einen Vergleich anzustellen. Haben Vitaminpräparate Nebenwirkungen? Es heißt zwar, dass der Körper überschüssige Vitamine selbstständig ausscheidet. Doch kann es bei einer Überdosierung durchaus zu Nebenwirkungen kommen. Ausschlaggebend ist in erster Linie, ob überhaupt eine Notwendigkeit besteht und in welcher Dosierung die Vitamine im Präparat vertreten sind, kann ich Vitaminpräparate auf Verdacht einnehmen. Die Einnahme eines Vitaminpräparates erfolgt idealerweise erst dann, wenn im Vorfeld ein Bluttest unternommen wurde. Daher ist es nicht unbedingt empfehlenswert. Eine eigenmächtige Verwendung von Vitaminpräparaten anzustreben. Worum handelt es sich bei Vitamintabletten und worin liegen die Vor- und Nachteile von? Vitamintabletten Im Gegensatz zu Kapseln sind Vitamintabletten in eine feste Form gepresst. Enthalten in vielen Fällen aber Zusatzstoffe wie Laktose. Somit sind sie für Menschen mit Laktoseintoleranz die schlechtere Alternative. Worum handelt es sich bei Vitaminkapseln und worin liegen die Vor- und Nachteile von Vitaminkapseln? Bei Vitaminkapseln befinden sich die Wirkstoffe innerhalb einer Kapselhülle. Diese besteht meist aus Gelatine oder Zellulose. In manchen Fällen wird auch Keragen verwendet. Sie sind eine gute Alternative für Menschen mit Laktoseintoleranz und diejenigen, die eine leichte Einnahme wünschen. Worum handelt es sich bei Vitamindragies und worin liegen die Vor- und Nachteile von Vitamindragies? Vitamindragies sind kleine, kompakt gepresste Tabletten, die leicht einzunehmen sind. In der Regel sind sie mit einem glatten Film überzogen, der das Schlucken erleichtert und gleichzeitig keinen bitteren Nachgeschmack im Mund hinterlässt. Im Gegensatz zu Tabletten lassen sie sich nicht teilen. Außerdem enthalten auch sie meistens Laktose. Worum handelt es sich bei Vitaminbrause-Tabletten und worin liegen die Vor- und Nachteile von? Vitaminbrause-Tabletten Vitaminbrause-Tabletten sind so beschaffen, dass sie sich in Verbindung mit Wasser auflösen. Neben den Vitaminen sind Geschmacksstoffe in den Tabletten enthalten, die dafür sorgen, dass das Getränk schmackhafter ist. Worum handelt es sich bei Vitaminsaft und worin liegen die vor? Und Nachteile von Vitaminsaft? Vitaminpräparate dieser Art sind entweder in Form von dünnflüssigem Saft oder dickflüssigem Sirup erhältlich. Sie beide lassen sich unter dem Oberbegriff Vitaminsaft zusammenfassen. Bei diesen Produkten ist eine individuelle Dosierung möglich. Auch wenn die Packungsbeilage gewöhnlich feste Mengen vorgibt, der Körper kann den Saft meist schneller aufnehmen als es bei Tabletten, Kapseln oder Drangies der Fall ist. Worum handelt es sich bei Vitaminpulver und worin liegen die vor? Und Nachteile von Vitaminpulver Vitaminpulver wird in größeren Dosen angeboten und lässt sich aufgrund seiner Beschaffenheit sehr leicht dosieren. Das Pulver ist beispielsweise ideal, um es in Smoothies oder Säften zu verarbeiten. Für Sportler ist es die ideale Darreichungsform, um den täglichen Bedarf an Vitaminen zu decken. Gibt es für Risikogruppen kombinierte Vitaminpräparate? Ja, die gibt es. Allerdings gilt es, im Vorfeld zu klären, ob die Einnahme dieser sinnvoll ist. Ersetzen Vitaminpräparate eine ausgewogene Ernährung? Diese Frage lässt sich mit einem klaren Nein beantworten. Vitaminpräparate sollten ausschließlich, wie der Name sagt, als Nahrungsergänzungsmittel verwendet werden. Sie dienen lediglich als Unterstützung, um eine fachgerechte Versorgung mit allen wichtigen Vitaminen zu gewährleisten. Sie sind aber kein vollwertiger Ersatz für eine ausgewogene Ernährung. Ermöglichen Vitaminpräparate ein längeres Leben? Innerhalb einiger Vitamine sind sogenannte Antioxidantien enthalten. Diese wirken sich positiv auf Herz- und Kreislauf aus und verringern somit allenfalls die Wahrscheinlichkeit, früher daran zu sterben.